Auch 2013 betritt Novak Djokovic die Korts dieser Welt mit seiner eigenen Taschenlinie, die optisch auf die neuen Speed Rackets abgestimmt ist. Hohe Funktionalität, beste Verarbeitung und pfiffige Details unterstützen sowohl den mehrfachen Grand-Slam-Sieger wie den ambitionierten Klubspieler. Im Einzelnen werde ich Ihnen nun diese verschiedenen Körper erklären. Die Djokovic Monster Kombi im Design der aktuellen Speed Rackets, die sich wie gewohnt im thermoisolierten Schlägerfach besonders wohl fühlen. Das Back ist ausgelegt für 10-12 Rackets, auf der anderen Seite daher auch noch ein zusätzliches Schlägerfach. Im geräumigen Hauptfach in der Mitte finden wir einen separaten Schuhbeutel. An beiden Seiten haben wir außerdem noch viel Platz durch Seitenfächer. Zusätzlich beim Back ein Accessoirefach für Handy, Schlüssel etc. Und natürlich auch dieses Jahr hat das Monster Kombi die bewährte Rucksackfunktion. Die Djokovic Taschenserie besteht aus Tower, Monster Kombi, Kombi, Clubback, Backpack. Schuhbeutel 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 Schuhbeutel